Wer im digitalen Zeitalter erfolgreich sein will, muss den Wert seiner Anlagendaten voll ausschöpfen. Denn so können Daten für ein ganzheitliches und sicheres Anlagenmanagement zur Verfügung stehen. Sie können einen digitalen Spilling von Anlage und Automatisierung schaffen. Daten aus der Feed-Phase bilden die Basis für ein durchgängiges Engineering. Ein durchgängiges Engineering, das durch standardisierte Prozesse und Vorlagen maximale Effizienz erreicht. Anlagendaten ermöglichen virtuelle Trainings in realitätsnahen 3D-Umgebungen. Ein regelkonformes Daten- und Dokumentenmanagement. Und komfortable mobile Wartungen. Was können Ihre Daten? Empower your data value. mit Komos.